Mit den bisherigen Erkenntnissen können wir uns jetzt noch mal unserem ursprünglichen Problem widmen, nämlich wie kriege ich es hin, eine Lampe per Raspberry Pi ein- und auszuschalten, die eine Nennspannung von 12 Volt besitzt und einen Nennstrom von 100 mA benötigt, während ja mein Raspberry Pi nur eine GPIO-Spannung liefert von 3,3 Volt und maximal einen Strom von 20 mA. Noch mal zur Erläuterung, weil es wirklich wichtig ist, hier Imax heißt an der Stelle, der Pin darf maximal 20 mA liefern, das heißt nicht, dass er 20 mA liefern muss, das heißt auch nicht, dass er 20 mA liefert, sondern einfach nur maximaler Strom, den ich ziehen darf. Ja, wie könnte jetzt diese Schaltung aussehen und da mal folgende Überlegungen, also wir hatten gesagt, aus einem kleinen Basisstrom wird ein großer Kollektor-Strom und im Falle der Leuchte aus einem kleinen Strom am GPIO soll ein großer Strom durch die Leuchte werden, kurzum, ich muss irgendwie diese Basis hier in Verbindung bringen mit dem GPIO-PIN und ich muss den Kollektor in Verbindung bringen mit der Leuchte, denn jetzt können wir mal einen ganz naiven Schaltungsvorschlag machen und zwar hingehen und sagen, ja, wir gehen jetzt einfach hier oben in den Zweig rein am Kollektor und legen hier jetzt mal die Leuchte rein. Die Idee ist ja vielleicht nicht ganz unsinnig, das heißt, hier kommt unsere Leuchte rein und den GPIO-PIN, den schließen wir direkt vorne an, an die Basis-Amitter-Strecke, das heißt, das hier wäre dann quasi unser GPIO mit 3,3 Volt. Und jetzt kann man sich mal überlegen, ob das so funktioniert und was vielleicht eigentlich noch diese Quelle hier hinten tun muss, denn da haben wir noch gar nichts darüber gesagt. Intuitiv könnten wir jetzt zum Beispiel für die Quelle hingehen und sagen, ja, ich brauche hier 12 Volt, also nehme ich hier 12 Volt, das machen wir jetzt mal und behaupten einfach mal, an dieser Quelle hier hinten, an der Versorgungsspannung liegen 12 Volt an. Und jetzt können wir überlegen, ob das wohl funktioniert oder eben nicht. Zunächst mal betrachten wir uns dabei diesen Eingangskreis, nennt man den, also quasi den Eingang des Transistors, Basis-Amitter-Strecke wird dann häufig als Eingang bezeichnet und gucken, ob die überhaupt funktioniert. Nochmal zur Erinnerung, die Basis-Amitter-Strecke verhält sich wie eine Diode, das heißt, was wir hier jetzt gerade eigentlich aufbauen, entspricht ungefähr dem hier. Wir nehmen eine Spannungsquelle mit 3,3 Volt und schließen da direkt eine Diode an, eben die Basis-Amitter-Strecke im Sinne einer Diode. Jetzt kann man sich vielleicht noch daran erinnern, wie die Kennlinie einer Diode aussah, hatten wir im letzten Video. Da passiert nämlich folgendes, ich lege an die Diode eine Spannung an und es passiert lange, lange, lange nichts und es schießt ziemlich senkrecht nach oben und hier haben wir so ungefähr 0,7 Volt plus minus irgendwas. Ja, das heißt, wenn wir 3,3 Volt anlegen, liegen wir im Diagramm eigentlich irgendwo hier hinten, wenn nicht noch weiter rechts. Kurzum, der Strom würde einfach völlig durch die Decke schießen. Es würden gigantische Ströme fließen und nach kurzer Zeit wären es sicherlich mehr als 20 mA. sowohl unser Raspberry Air an der Stelle hinne, als auch wahrscheinlich unser Transistor, weil sowohl die Basis-Amitter-Strecke als auch der GPIO-PIN gebraten werden. Kurzum, das ist eine Schnapsidee, das tun wir so nicht, beziehungsweise nicht ausschließlich. Wir müssen jetzt also dafür sorgen, dass am Transistor die richtige Spannung anliegt, damit auch der richtige Basis-Strom fließt. Wir müssen unseren Basis-Strom so einstellen, dass der richtige Kollektor-Strom mit 100 mA fließt. Das heißt, was wir jetzt erstmal brauchen oder uns in dem Beispiel überlegen müssen, wie groß ist denn die Stromverstärkung des Transistors? Und dazu nehme ich mal die Werte aus dem Beispiel vorher. Wir behaupten jetzt einfach mal, die Stromverstärkung läge bei 100. Wenn ich also eine Stromverstärkung von 100 habe, dann heißt das, weil ich einen Kollektor-Strom von 100 mA haben möchte, dass mein Basis-Strom ein Hundertstel davon sein muss. Das schreibe ich hier vielleicht sicherheitshalber mal hin. Also wegen IC gleich 100 mA, das wäre das, was die Leuchte jetzt in dem Beispiel braucht. Folgt daraus IB gleich 100 mA durch 100, also 100 mA durch IB, was aber gleichermaßen 1 mA ist. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass mit dieser 3,3 Volt Spannung ein Basis-Strom von 1 mA fließt. Und das passiert offensichtlich nicht, wenn ich die 3,3 Volt direkt an die Basis-Emmeter-Strecke anschließe. Wir hatten das schon mal bei Dioden gesehen, bei LED-Ansteuerungen, nämlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass an der LED eine gewisse Spannung hängen bleibt und ein gewisser Strom fließt. Das Ganze kann man lösen mit Hilfe eines Vorwiderstandes. Und das müssen wir jetzt auch tun. Das heißt, eingangseitig fehlt dieser Schaltung hier noch ein Vorwiderstand. Kurzum, ich nehme die Quelle, schiebe sie ein bisschen rüber und packe hier einen Vorwiderstand in Reihe, der dafür sorgt, dass wenn ein hoher Strom fließt, an diesem Vorwiderstand, ich nenne ihn mal RV und damit die Spannung URV, dass an diesem Vorwiderstand eben durch Stromfluss gewisse Spannungen hängen bleibt, sodass bei UBE nicht mehr 3,3 Volt insgesamt anliegen, sondern eben 3,3 Volt minus URV. Um das Ganze ausführlich zu machen und auch wieder ein bisschen zu üben, baue ich hier mal eine Maschengleichung. Was wir hier nämlich eigentlich gerade tun, ist eine Maschengleichung aufstellen, und zwar für diese Masche hier. Und ich starte mal hier unten bei Masse und laufe jetzt in diese Richtung und stelle hierfür mal eine Maschengleichung auf und dann sehen wir auch, dass das rauskommt, was ich gerade behauptet habe. Nämlich, ich würde jetzt anfangen mit minus UBE, das ist die erste Spannung, die ich einsammle, entgegen der Pfeilrichtung, weswegen hier ein Minuszeichen entsteht, Minus URV, weil ich entgegen der Pfeilrichtung von RV laufe, und plus UGPIO, weil ich mit Pfeilrichtung laufe über diese Quelle hier. Da es eine Maschengleichung ist, muss hier 0 rauskommen, siehe Kirchhoff'sche Regeln. Das Ganze kann ich jetzt umbauen, beziehungsweise umformen, und kann sagen, die Spannung, die an dem Widerstand abfallen soll, also am Vorwiderstand, ist doch jetzt nichts anderes als das hier auf die andere Seite gebracht, UGPIO minus UBE. Und mit Hilfe dieser Gleichung kann ich jetzt meinen Vorwiderstand dimensionieren, kann also sagen, wie groß der sein muss, auch wenn das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich ist, wir müssen nämlich noch ein bisschen rechnen. Was fällt uns jetzt zunächst mal auf? Uns fällt auf, wir wissen, wie groß IB sein soll, ich schreibe mal den Wert hier drüber, IB soll gleich, oder ich schiebe ein bisschen, IB soll gleich ein Milliampere sein. Was ich jetzt nicht kenne, ist die Spannung UBE, die dafür nötig ist, dass ein Milliampere fließt. Die müssen wir jetzt irgendwo herkriegen. Und das machen wir jetzt mal in einem sehr ausführlichen Rechenbeispiel. Und irgendwann werden wir dann feststellen, dass wir das Gott sei Dank nicht jedes Mal ausrechnen müssen. Aber ich mache es jetzt einmal pro forma, um es mal zu zeigen, dass man das auch wirklich rechnen kann.